Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird die Verwendung des Dateiversionsverlaufs in Windows 10 beschrieben. Der Dateiversionsverlauf ist wahrscheinlich die Hauptfunktion zum sicheren und Wiederherstellen von Daten für eine bestimmte Version des Betriebssystems. Trotz des Namens ist der Dateiversionsverlauf nicht nur eine Möglichkeit, eine frühe Version von Dateien wiederherzustellen, sondern ein voll ausgestattetes Datensicherungsprogramm. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Im Gegensatz zu umfassenden Sicherungswerkzeugen ist das Aktivieren des Dateiversionsverlaufs sehr einfach. Schließen Sie zunächst die externe Festplatte an den PC an. Sie können ein USB-Laufwerk oder eine Speicherkarte anschließen, wenn Sie den Dateiversionsverlauf nur für kleine Ordner und Dateien aktivieren müssen. Und Sie können auch einen Netzwerkrecorder verwenden, falls Sie einen haben. Zum Beispiel werde ich ein 16 GB Laufwerk verwenden. Nachdem wir das Menü Start geklickt haben, gehen wir zu Einstellungen, Update und Sicherheit, Archivierungsdienst. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Datenträger hinzufügen und wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus. In meinem Fall handelt es sich um ein USB-Laufwerk. Danach wird die Dateiverlaufs-Funktion aktiviert und Windows sichert Ihre Dateien automatisch auf diesem Laufwerk, wenn es mit dem Computer verbunden ist. Um den Verlauf der Dateien zu konfigurieren, klicken Sie auf Weitere Optionen. Standardmäßig ist festgelegt, dass die Dateien jede Stunde gesichert werden und der Speicherzeitraum für diese Dateien immer ist. Diese Parameter können ja nach Wunsch geändert werden. Reservieren Sie beispielsweise alle drei Stunden und speichern Sie ein Jahr. Sie können den Start der Dateisicherung auch im Moment erzwingen, indem Sie auf die Schaltfläche Daten jetzt sichern klicken. Der Dateiversionsverlauf erstellt nur Kopien von Dateien, die in den Ordnern, Bilder, Musik, Videodokumente und Desktop gespeichert sind, sowie Dateien von OneDrive, die offline auf Ihrem Computer verfügbar sind. In neueren Versionen von Windows 10 sind dies alles Ordner befinden sich im Benutzerkonto Ordner. Um einen weiteren Ordner hinzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen, wählen Sie aus, was wir benötigen und klicken Sie auf die Schaltfläche diesen Ordner aus, wählen. Anschließend erheirat das System in. Analog können Sie einen unnötigen Ordner mit diesen Ordner ausschließen, entfernen. Klicken Sie aus, erhebt dann auf die Schaltfläche hinzufügen, wählen Sie beispielsweise einen Ordner aus und klicken Sie auf diesen Ordner aus, wählen Sie auf Windows erheirat nicht mehr. Wenn Sie das Laufwerk ändern möchten, auf dem der Dateiversionsverlauf gespeichert wird, klicken Sie auf Verwendung des Laufwerks beenden. Die Daten von diesem Laufwerk werden nicht gelöscht. Wählen Sie danach wie zu Beginn dieses Videos das gewünschte Laufwerk aus. Dies liegt daran, dass Windows jeweils nur mit einer Festplatte für den Dateiversionsverlauf arbeiten kann. Dies sind jedoch nicht alle Einstellungen für den Dateiversionsverlauf. Klicken Sie auf andere Parameter, erweiterte Parameter anzeigen und rufen Sie das Bedienfeld Fenster auf. Klicken Sie danach auf erweiterte Optionen. Im nächsten Einstellungsfenster können wir auch die Einstellungen zum Speichern von Dateien ändern. Bereinigen Sie alte Versionen von Dateien und Ordner, die älter als 1, 3, 6 Monate und so weiter sind. Laden Sie andere Computer in der Gruppe, falls Sie einer sind, ein, einen Dateiverlauf auf Ihrer Festplatte zu erstellen und öffnen Sie außerdem dem Ereignisprotokoll des Dateiverlaufs, um die letzten Ereignisse oder Fälle anzuzeigen. Schauen wir uns nun an, wie Dateien mit Hilfe des Dateiversionsverlaufs wiederhergestellt werden. Ich habe zum Beispiel versendlich einen Ordner gelöscht, in dem sich die für mich wichtige Dateien befinden, und zwar mit den Tasten Shift plus Delete. Um es wiederherzustellen, gehen Sie zu Start, Einstellungen Update und Sicherheit Sicherungsdienst. Klicken Sie auf Andere Einstellungen und klicken Sie im Abschnitt Verwandte Einstellungen auf Dateien aus der aktuellen Sicherung wiederherstellen. Wählen Sie im nächsten Fenster die Ordner oder Dateien aus, die Sie benötigen. Sie können auch alle früheren Versionen dieser Datei anzeigen. Zur Demonstration habe ich diese Datei dreimal geändert und nach jeder Änderung eine erschungene Archivierung durchgeführt. Wählen Sie zum Wiederherstellen die gewünschte Datei oder den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche am ursprünglichen Speicherort Wiederherstellen. Und nach dem Kopieren werden alle Daten an dem Ort wiederhergestellt, an dem sie von Löschen gespeichert werden. Ich möchte beachten, dass beim Wiederherstellen eines Ordners aller Dateien nur auf die zuletzt gespeicherte Version dieser Datei wiederherstellt werden. Sie können das Fenster zur Wiederherstellung des Dateiversionsverlaufs auch über Systemsteuerung, Dateiversionsverlauf und persönliche Dateien wiederherstellen öffnen. Oder gehen Sie zu einem beliebigen Ordner, der im Dateiverlauf erhalten ist und klicken Sie auf der Registerkarte Home auf das Protokoll. Dies ist der Dateiverlauf. Wenn Euch dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und Daumen hoch! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, viel Glück und Tschüss!